tja also das ist wieder mal ein neuer versuch der vierte heute eben war die kamera verrutscht das kamerabild war falsch platziert ich versuche es jetzt noch mal so den ton habe ich auch leiser gestellt jedenfalls bei mir mal sehen was dann im video ist ja also ich sitze hier im panzer mit als beifahrer und macht das kann ich hier so markieren oder mit g dann mit rundherum automatisch für kurze zeichnung eines unserer ziele steht unter beschuss wir kontrollieren die meisten sektoren des schlachtfeldes das war sogar noch das bein gewesen na gut dann jetzt da hin an heimlich übergriff bei bravo drei ja 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 ein Ich bin jetzt wieder weggegangen. Auf der Ecke war glaube ich auch noch einer. Da komm ich schon! Wie ist unsere Differenz? Ich glaub, die hab ich bleibt gefahren. Die ersten Operationen sind vielversprechend. Sie halten Ziele. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön. Das ist nicht mehr. Nur noch eine Antwort. Wir kontrollieren den Großteil des Gebietes. Das ist so wunderschön. Oh ne. Dann weißt du was? Ich steck aus und dann komm ich hier rum. Und dann ... So, dann schauen wir uns an die Fische. So, zack. Sie haben Sektor Alpha komplett eingenommen. Verbündete Kräfte unterwegs zu Alpha 1. Tja. Ey nein, der hat mich doch irgendwie... ...gebrochen. So, dann... Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Sektor Charlie vollständig in Feindeshand. Wir machen Sie mürbe. Vorher schreit Kräfte werden schwächer. Weiter, weiter, weiter! Keiner weniger! Sehen! Weiter, weiter, weiter! Wie schön er! Und... Kann mich jemand wiederbeleben? Zwei Stück in unmittelbarer Entfernung. Ja, ganz schön. Oh nein! Wer war das jetzt? Na gut. Okay, dann helfe ich meinem Team mal hier bei C1. Wir haben Sektor Bravo erobert. Sektor Bravo erobert. Sektor Bravo erobert. Sektor Bravo erobert! Da! Na sowas. Wir verlieren, Leute! Dann! 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 Unsere Truppen haben Sektor Charlie erobert. Eins unserer Ziele steht unter Beschuss. Wir kontrollieren die meisten Sektoren der Klappe. Außen, geradeaus! Verwendet das Schwerpunkt! Eins, drei von dir sind erledigt! Wenn ich mal was sehen würde hier... Nichts, nichts... Ich bin in der Savior. Oh. Es ist Zeit, dass wir aussteigen. Kontrollieren, Sektor Alpha. Achtung, Teifel! Wer nicht schießt, kann auch nichts treffen. Oh oh. Das ist nicht gut. Okay. Naja. Noch mithelfen. Wir sind auf halbem Weg zum Sieg. Kämpft weiter. Hab eine! Tja, das war der eine. Jetzt ist der Punkt frei. Und jetzt mal... geht's in diese Richtung. Dahinten ist noch ein Punkt zu erobern. Hast du was fehlt? Ja. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. Weil unser Team hat die meisten Punkte. gut. Gut, dann nochmal. Hier, probieren. Das ist doch fast zu gut. Das ist doch fast zu gut. Mögliche Betrugung totalisiert! Ja, manche wollen sich hier vorbeischleichen. Der Feind greift Bravo 2 an. Von hinten was ein. Ja, irgendwo lauerte jemand. Da hinten wird schon wieder... Das muss ja auch sein. Aber... Das war halt nicht genau. Ja... 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 Ja, ich habe mal mit. Ja... Ja, ich habe mal mit. Ja, ich habe mal mit. Ja, ich habe mal mit. Ja... Ja... Was macht der denn? Ne, Feind bitte. Alleine ins Wasser fahren dahin. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das war wohl nichts. Tja. So dann hier einsteigen... So... Unsere Kräfte attackieren Alpha-1. Ich muss meinen Vorraten! Wir haben Sektor Alpha gesichert. Ich fühle einen Puls! Absatz! Jetzt geht's los! Ja, es wird angeboten! Ich finde die Schattenanimation auch so toll. Oh nein! Aber wie toll die das animiert haben. Nicht schlecht. ... ... ... ... ... ... Also da oben bei dem Häuschen ist erfahrungsgemäß von früher, es gab zum Eintritt in Viertelteilen auch schon, aber jede Menge los. Tja. Ah ja, zwölf habe ich schon. Okay, da ist alles okay. Hier könnte man hin. Ja, da bin ich irgendwie eingenommen. So geht es ja nicht. Irgendwo hat sich einer hingelauert. Da könnte man jetzt irgendwie... Okay. Ja, also. Das ist jetzt ein schönes Muff. Ach, dem. So, da kommt er auch schon, mein schöner Jeep. Komm runter. Ich muss losfahren. Das ist mir so gleich vorbei. Und los. Hier lang. Über die Brücke. Und... Ach, es ist da lang. Das ist doch fast los oder nicht. Ich weiß nicht, der ist vom Boot. Aber da bin ich da oben. Amerikanische Einheiten fast vollständig aufgerieben. Okay. Okay. Da war wohl schon drin. Einige unserer Drucken greifen Ziel Bravo 2 an. Und auch dazu weisen. Okay. Das ist auch der Weg. Das ist auch der Weg. Dann reden wir halt. Und dann... ...hier zurück. Ja, ist gleich Schluss, aber wir haben gewonnen. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Alle Sektoren unter russischer Kontrolle. Na gut, das war's dann vielleicht. Diese Schlacht ist gewonnen. No Pets. Wir schulden euch was. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, vier Videos gemacht. Oh Mann, oh Mann. Naja, das ist erst der Anfang. Mal sehen, wie es weitergeht. Meiste Wiederbelebung, herausragende Leistung, meiste Kills. Meiste Ziele erobert. Und was steht bei mir? Eroberte und neutralisierte Ziele, sechs Stück. Das war's gut. Tja, das war jetzt das vierte Video. Mal sehen, wie es weitergeht. Tschüssi. 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 Tschüssi.